Hey Freunde, servus, hier ist TheRenton, ein weiterer Part von Tony Hawk's ProSkater 5 in den ProMissionen. Wir spielen das Level Der Bunker oder TheBunker. Und in TheBunker haben wir folgende ProMissionen. Chicago Combo, Rationssammlung, Schlagabtausch, Manual Machenschaften und Trickspot Touch. Alles in allem war der Bunker relativ angenehm. Wir sind jetzt die erste Mission mit der irren Combo, keine Reverts. Was bedeutet, wir müssen uns auf Grinds verlassen. Ihr kennt das Level ja schon von dem anderen Let's Play Part. Das ganze mache ich hier, ist einfach am effektivsten. Ihr könnt genug Basispunkte holen, ihr könnt den Multiplikator hochhauen ohne Ende. Funktioniert alles eigentlich ganz gut, wie ihr hier seht. Ich habe vorher die Spezialleiste gefüllt, damit wir auch schön gute Punkte bekommen, ist klar. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Macht viele Tricks, dass der Multiplikator hochgeht. Guckt, dass ihr durch die Specials eine gute Basispunktzahl bekommt. Und ich glaube ganz am Schluss gehe ich sogar noch hin und mache ein bisschen was mit Manual. Das könnte auch noch helfen. Schauen wir mal, wie ich es mache. Auf jeden Fall 3,5 Millionen sind gefordert. Und Multiplikator geht sogar extrem gut hoch. So, jetzt hier noch ein Manual und noch ein Grab Trick. Genau. Und wir haben trotz schlampisch fast 5 Millionen Punkte. Sauberer geht es nicht. Das nächste hier, diese Rationen einsammeln. Ist relativ easy. Befolgt einfach die Strecke, wie ich sie hier nehme. Am Helikopter müssen die abgegeben werden. Das Blöde ist, ihr müsst bei dem Helikopter wirklich an das Rotorblatt fahren. Oder leicht ran springen, dass das irgendwie gezählt wird. Zack. Seht ihr, jetzt geht es. Und nehmt hier die Rail, damit er schnell wieder zurückkommt. Dann links hier an die Rampe entlang. Und dann folgt einfach dem Weg, der quasi vor euch liegt. So wie ich es jetzt verkackt habe. Ah ja, hier weiter. Und dann sammelt ihr im Prinzip eigentlich auch schon alles ein. Äh, benötigt werden 160 von den Rationen. Und die Mission läuft glaube ich sogar noch weiter, wenn der Zähler die Null erreicht hat. Also ihr könnt das theoretisch noch in der Kombo am Schluss noch holen. So, hier früher abspringen, sonst geht ihr um die Ecke und das kostet kostbare Zeit. So. Sehr schön. Jetzt wieder zurück und die ganze Strecke nochmal. Und ich glaube ihr müsst sie insgesamt dreimal diese Strecke fahren. Und natürlich einmal so gut wie es geht alles einsammeln. Ähm, auf dem Weg zum Helikopter auf dem ersten. Was ich bis heute nicht verstehe ist, warum der Kopf wächst je mehr man einsammelt. Ich vermute mal irgendwie wollten sie diese Animation noch weiter verarbeiten. War zu schade drum oder was? Keine Ahnung. Ja. Genau, jetzt hier nochmal den Weg. Ihr seht, 30 Sekunden hatte ich ca. noch. Und das sollte auch noch locker reichen. Mir fehlen noch 33. Und die habe ich auch gleich komplett eingesammelt. Hier. Ich gehe aber den ganz normalen Weg lieber ein paar mehr als zu wenig. Oder ich hatte gar nicht im Blick, wie viel mir noch gefehlt haben. Kann natürlich auch sein. Hier geschafft, erledigt und ich lasse den Countdown runterlaufen. Schöne Sache. Okay, die nächste Mission. Was haben wir? Zerstören hier die Kisten. Ähm, ist wieder der Fall, dass ihr die Kisten nicht direkt erwischen müsst. Es reicht, wenn ihr im Radius seid von diesem, ähm, Slam. Ich vergesse immer, wie das heißt, gell? Ich nenne es einfach mal Slam. Den ihr auf dem Boden macht. Das Ding da oben ist ein bisschen hässlich. Könnt ihr aber auch mit Grinden erreichen, komischerweise. Und ja. Der Rest ist ziemlich selbsterklärend. Ähm, ich habe einen Versuch vorher geguckt, wo das Zeug liegt. Hier habe ich es noch leicht verkackt. Komme ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Aber es reicht trotzdem noch. Wie gesagt, ihr habt ja den Weg jetzt gesehen und es sollte eigentlich kein Problem sein. Manualrunden. Ähm, ja. Haben wir natürlich wieder den Fall, wir brauchen die beste Route für die Manuals. In dem Fall fange ich hier schon an, den Multiplikator hochzuzählen. Er braucht 24.000 Punkte. Das Ganze wird natürlich wieder mit dem Multiplikator hochgesetzt. Äh, hier ist ein Beschleunigungsstreifen und den nutze ich auch. Um auf der einen Seite, wie ihr eben gesehen habt, einen Wallplant zu machen und auf der anderen die Rampe zu nutzen. Für den Multiplikator. Und das ist eigentlich der ganze Zauber an der Sache. Ihr müsst aufpassen, dass ihr hier an der Rampe nicht so weit nach links kommt. Weil sonst fliegt ihr von der Rampe runter und dann ist die ganze Kombo im Arsch. Beziehungsweise es kostet euch Zeit. Ne? Ah, hier läuft. Läuft. Hier habe ich es verkackt kurz. Ich achte immer schön drauf, dass ich so gut wie es geht gerade bleibt. Und nicht so weit nach rechts oder nach links abtrifft. Weil es ist bei dem kleinen Stück Rampe, was ihr nutzt, ist es schon widerlich, wenn ihr da irgendwie abdriftet. Guter Orangensaft. Sehr gut. Okay, wie viel haben wir? Ähm. 18.000 mittlerweile. Ja. Läuft, oder? Läuft. Hier seht ihr jetzt, ich bin leicht abgerutscht. Und das bringt einen schon komplett durcheinander irgendwie. So, Pro Score erreicht. Und ich glaube, ich mache trotzdem noch ein bisschen weiter, weil ich es irgendwie nicht gerafft habe, dass die Mission schon vorbei ist. Aber jo, was soll's. Ja, und ich muss sagen, es ist sehr angenehm, das mit dem Shareplay aufzunehmen. Weil ich habe zwei Levels gemacht. Das heißt, der nächste Part dauert nicht lang, bis er rauskommt. Und habe für diesen Abend, ich glaube drei Stunden gebraucht oder so. Wenn ich das live in der Aufnahme mache, ist das schon ätzig. Okay, hier haben wir eine Mission. Die ist ziemlich lustig, weil ihr habt keine Reverts, keine Manuals und keine Grinds. Das ist ziemlich hässlich. Äh, der Trick an der Sache ist, macht Flip-Tricks, macht dann einen Grab-Trick, um das Ganze hochzuschrauben und versucht am besten noch das Zeug perfekt zu landen. Das gibt nochmal einen kleinen Punkte-Boost. Ähm, ihr braucht Spezial, um hier was reißen zu können. Und, äh, mein Tipp für die Spezial-Tricks ist, lernt bei eurer Figur, wie sie landet. Weil, ihr seht jetzt hier am Spezial-Trick gleich, den ich mache. Die Figur ist gerade. Und ich weiß genau, dass ich entweder am Kopf oder an den Füßen landen muss, dass das Board direkt unten drunter ist. Ist komisch zu beschreiben, aber wer es spielt, weiß vielleicht, was ich meine. Ähm, man meint alles, man muss auf der Seite landen, damit man gerade aufkommt und es ist dann eben nicht der Fall. Und ihr fliegt auf die Fresse. Deswegen guckt euch die Spezial-Tricks vorher an, dass ihr die sauber landen könnt. Und ihr seht, ich hab die 150.000 locker geknackt. Nicht ganz locker, aber ich hab sie geknackt. Das war's auch schon, äh, mit dem Bunker. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet Spass und ich konnte helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!